Hallo, ich bin Peter Gojovczyk. Ich trete heute gegen Dirk Dier in der Doppel-Seilsprung-Challenge an. Ich mache ihn fertig. Ja hallo, ich bin Dirk Dier und trete gleich gegen Peter im Seilspringen an. Wir springen Doppelsprünge und zählen die Anzahl. Ich bin sehr zufrieden. Einmal hat er das Seil verloren. Aber ansonsten war das schon ganz gut. Ich bin sehr zufrieden, obwohl ich einen Fehler gemacht habe. Aber ich glaube, es hat gereicht. Nichtsdestotrotz, Dier hat unglaublich vorgelegt. Gojo, sehr gut. War knapp, aber du hast den Druckstand gehalten.